Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit, letzter Schluss. Auf geht's zu einer weiteren Runde von Desktop-Wichteln. Heute gucken wir uns den zweiten von insgesamt, ja eigentlich sechs ungewöhnlichen Desktops an. Den ersten hatten wir ja schon in dieser Woche und der zweite ist quasi noch so was ähnliches, aber ein bisschen anders. Denn es geht heute um NSCDE, das ist ein Desktop, der das Aussehen von CDE nachahmt und teilweise auch die Funktionsweise, aber eben nicht CDE selbst ist. Der basiert auf dem FVWM Fenstermanager. Ja, was das Ganze so kann und überhaupt irgendwie, wie ich mich da zurecht finde, das seht ihr gleich. Aber zuerst starten wir nochmal wieder mit dem XFCE Desktop. Ich habe diese virtuelle Maschine nochmal zurückgesetzt, wie das in dem ersten Sparky Linux Video so war. Und jetzt installieren wir den neuen Desktop dazu. Also den anderen habe ich auch wieder durch einen Snapshot entfernt. Also CDE ist jetzt nicht mehr drauf. Also wir fangen nochmal quasi wieder ziemlich blank an. Und zusätzliche Desktops. Und zusätzliche Desktops können wir durch das hier enthaltene Aptus nachinstallieren. Ja, da kann man eine sehr breite Palette von Desktops, die vielleicht nicht so wirklich bekannt sind, installieren. Und das mache ich jetzt gleich mal mit dem NSCDE. Dafür gehe ich hier auf Desktops und dann haben wir hier NSCDE. Dann bekommen wir noch ein paar Informationen dazu, welche Pakete mit installiert werden. Ja, und dann kann man hier unten sagen installieren. Und dann wird das installiert. Und im Hintergrund öffnet sich ein weiteres Fenster, wo erstmal hier die Paketliste aktualisiert wird. Und jetzt kriege ich hier nochmal genau die Liste mit den Paketen, die auch wirklich neu installiert werden. Plus ein paar, die bloß vorgeschlagen, aber nicht mit installiert werden. Aber ich würde das jetzt einfach so nehmen, wie es hier ist. Also ich habe auch keine weitere Auswahlmöglichkeit. Aber ich könnte mir jetzt hier das merken, in eine Textdatei schmeißen und hinterher nochmal nachinstallieren, damit ich es nicht vergesse. Aber ich lasse es so, wie es ist. Einfach bloß J für ich will das jetzt und Enter. Jetzt ist es auch schon fertig. Das Ganze geht auch ziemlich schnell. Also diese alten Desktops, die sind auch nicht wirklich groß. Also man merkt auch so ein bisschen, dass sie aus einer anderen Zeit kommen, wo es weniger Ressourcen gab. Also alles so ein bisschen kleiner war. Ja, gucken wir uns das aber mal an. Also einmal hier beenden und da auch mal dicht machen. Jetzt melde ich mich einmal hier ab, damit ich mir einen neuen Desktop aussuchen kann, den ich gleich benutzen möchte. Und da gehe ich hier oben drauf auf das Dingsbumster. Und jetzt habe ich hier NSC.de. Dann gebe ich meinen Benutzernamen ein und mein Ultra sicher. Nein, das ist natürlich nicht sicher, aber mein Passwort gebe ich ein. Und, oh, wir haben hier schon eine ganz andere Sanduhr. Okay. Ui, ui, ui. Ja, schon mal ein sehr schönes Muster an der Seite. Ich habe so ein Setup-Programm. Ich muss die Tarn drücken. So, ähm, das mache ich. Durchwand-Train-Helven, GTK 2, Themen, ja, warum nicht? Äh, GTK 3, Themen auch von mir aus. Ich nehme einfach mal alles mit, genauso wie auch Qt 4, immer mit dazu. Und dasselbe auch nochmal für, ähm, Qt 5 GTK Engine, ähm, oder? Äh, äh. Äh, okay, es wird mir ja quasi angepriesen, dass ich das nicht nehmen soll. Also lasse ich so, wie es ist. Und diese Quantum Engine, da, ja, Qt 6, ähm, ja, von mir aus, das ist ja ziemlich neu. Äh, hm, also ich habe mich jetzt mal an diese Empfehlungen von denjenigen, die die Setup-Programm gebaut haben, gehalten. Weil ich es auch nicht besser weiß. Also ich habe mir diese Desktops vorher auch nicht angeguckt. Also teilweise habe ich vielleicht schon mal Erfahrung aus sehr, sehr, ähm, langer Vergangenheit da gesammelt. Aber ich habe mir die jetzt nicht neu vorher angeguckt. Also von daher, das packen wir zusammen aus. Ohne dass ich das weiß. Vielleicht kennt ihr das aus eigenen Erfahrungen oder so. Aber ich kenne es nicht. Von daher lasse ich mich auch mal ein bisschen überraschen. Darum soll es ja auch gehen. NSCDE spezifische Visual Pager Preview on Pager. Och, ich glaube, das möchte ich mal, ne? Also damit ich auch wirklich das volle NSCDE Feeling habe, da brauche ich das wahrscheinlich für, oder? Ähm. Workspace. Also die letzte Seite auf einem Workspace. Das sind wahrscheinlich diese virtuellen Desktops. Ähm. Ja, warum nicht? Also mit diesem Pager. Äh. Screen Save. Ob ich die aktivieren möchte? Nein, möchte ich nicht. So etwas stört meistens bei der Aufnahme. Und. Stallone Trey. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Und was haben wir hier noch? Ähm. Also Farbschemen Unterstützung. Ja. Ähm. Enable Dance Notification Team. Ja, bestimmt. Achso. Den Dateimanager, den ich haben möchte, das ist Tuna. Das ist ja der von... Marte. Ja. Aber scheint wohl das zu sein. Genauso wie Mauspad. Das kommt auch eher von Marte. Also da gibt es wahrscheinlich nichts direkt, ähm. Ähm, was dort, äh, mitgeliefert wird. Nicht so wie beim, ähm, CDE, wo es so einen ganz einfachen Texteditor gab, der, äh, ja, womit ich Texte auch schnell kaputt gemacht habe. Also von der Art her, von der Optik erstmal, finde ich, sieht es so ähnlich aus. Also wir haben wieder diesen Motiv-Standard hier, also mit diesen Icons hier zum Großmachen, zum wieder Kleinmachen. Dann den Punkt hier, um das auf dem Desktop hier anzuheften. Also die Anwendung läuft trotzdem weiter, aber sie ist klein und lässt sich dort wieder öffnen. Ah. Okay, Moment. Nochmal. Also links draufklicken, öffnet sich das Menü. Okay, Doppelklick, was hier deutlich schneller ist, bringt die Anwendung wieder in der Größe in den Vordergrund. Und wir haben auch wiederum hier so einen Einführungstext, was NSCDE überhaupt ist. Das steht für Not so Common Desktop Environment, also eine Desktop-Umgebung, die jetzt nicht so bekannt ist. Also das würde ich für CDE als solches auch schon mal quasi gelten lassen. Das ist auch nicht mehr so wirklich bekannt, aber historisch durchaus interessant. Ja, dann haben wir hier, haben wir hier auch Desktop-Works, Using Menüs. Also grundlegende Sachen werden hier auch wiederum beschrieben. So viel dazu. Also da kann man eine Menge drüber lesen, wenn man es dann jetzt wollte. Also installiert es gerne einmal nach über so ein Sparky Linux. Einfach in den V1 mal reinschmeißen, mal ein bisschen mit rumspielen, wenn ihr das mal selbst ausprobieren wollt. Ich klicke mich da mal so ein bisschen durch, aber ich zeichne natürlich nicht alles. Und ja, also was haben wir hier? Wir haben ein Terminal. Das sieht jetzt sehr ähnlich aus wie auch bei dem CDE Original Terminal. Aber es sieht so aus, als ob man deutlich, genau, also man hat deutlich mehr Einstelloptionen als bei dem Original. Was ja ursprünglich 1993 veröffentlicht wurde, ist auch immer ein bisschen weiterentwickelt worden. Aber von dem Funktionsumfang orientiert es sich wahrscheinlich ziemlich weit an dieser Frühphase. Also hier kann man wirklich deutlich mehr einstellen als beim CDE Original. Dann kann man hier verschiedene Programme öffnen. Ich glaube, das gab es bei dem CDE auch nicht, dass man bei der Uhr schon was öffnen konnte. Und da haben wir den Pigeon. Also das ist kein NSCDE oder sonst irgendwas eigenes Programm. Genauso wie der Webbrowser. Das wird der Firefox sein oder irgendwas anderes, was bei Sparky mitgeliefert wird. Also da gibt es jetzt keine eigene Anwendung, oder? Genau, also es ist jetzt der Firefox mal in einem sehr ungewöhnlichen Farbschema. Aber es ist weiterhin der Firefox. Gut, schließe. Schließe. 5. Dezember, dann könnt ihr genau wissen, wann ich das aufgenommen habe. Es ist wirklich der 5. Dezember. Denn es ist das Video, was ich für den Freitag eigentlich geplant habe. Also heute mal Dienstag und am Freitag soll es rauskommen. Dann haben wir hier einen Dateimanager. Also das ist jetzt nicht Tuna. Das ist... Doch, das ist doch Tuna. Achso, ah, das ist XFCE. Okay, gut. Okay, dann haben sie den Tuna so umgebaut, dass er von den Icons und auch so ein bisschen von dem Farbschema und so, so ähnlich aussieht wie der XFCE Dateimanager. Ja, von daher kann ich jetzt auch das machen, was es mit dem Tuna auch geht. Also sowas wie öffnen mit und senden an. Das sind also Optionen, die es bei dem anderen nicht wirklich gab. Aber ich habe es immerhin hingekriegt, ein Verzeichnis zu kopieren und quasi wieder einzufügen, also eine Kopie davon zu machen. Ja, und hier Geräte, das gab es in dem anderen, meine ich, auch nicht. Genauso wie ihr Netzwerk. Also das sind diese Tuna-Eigenschaften, die da mit rübergekommen sind. Aber die Optik haben sie halt sehr stark angepasst. Und wenn man das jetzt mag von der Art und Weise, dann würde ich sagen, ist es durchaus gelungen. Also es fängt diesen Zeitgeist vielleicht ganz gut ein. Ja, aber insgesamt ist es natürlich weiterhin der Tuna als Dateienmanager soweit nicht wirklich spannend oder so. Jedenfalls jetzt für mich nicht. Dann haben wir hier die bekannten Programme, also LibreOffice mit den verschiedenen Unterprogrammen. Dann haben wir den Atrial PDF View oder Atrial vielleicht, weiß ich nicht. Also damit kann man sich PDFs angucken. Und dann haben, ach, man kann mehrere gleichzeitig auch machen. Das habe ich letztes Mal gar nicht probiert, aber es geht. Was kann man hier? Die Schublade. Size Iconify. Ach, das kann ich auch. Okay. Hm. Ja. Also eine Funktion, die ich so nie vermisst habe, irgendwo anders. Aber passt irgendwie, ne? Dann, äh, ach so, genau, das ist natürlich nochmal der Dateienmanager, hatte ich schon. Und hier Workstation Info. Fenstermanager ist hier der FVWM. Ja. Und NSCDE ist Version 2.3. Dann haben wir hier noch EXEC. Ach so, das ist sowas, was ich bei anderen Desktop-Umgebungen mit Alt und F2 machen kann. Also ich, äh, ja, kann hier jetzt ein Befehl eingeben. Und dann, ja, wird da was im Terminal gestartet. Wenn ich jetzt mal Nano nehme, dann habe ich jetzt ein neues Terminal, in dem da Nano gestartet ist. Und wenn ich den mit STRG und X beende, dann ist das Fenster wieder zu. Und kriege ich das so hin? Ne. Also mit Alt und F2 geht das so nicht. Also Alt... Warte, Moment. Ne. Also damit kann ich einzelne Programme ausführen. Dann habe ich das Terminal, hatten wir schon. Texteditor. Das ist der... Also stimmt, Mousepad ist das als Editor. Also die ganzen Funktionen, die hier drin sind, die sind insofern bekannt. Wiederum kein eigenes Programm von NSCDE. Das, ja, genau, wiederum von XFCE, ist das auch da? XFCE. Genau, da kommt er her. Und das haben sie wiederum von der Optik sehr stark angepasst. Ja, also Standard-Editor ist hier Mousepad. Dann haben wir noch XTerm, ein anderes Terminal, sehr einfach aus dem, ja, XORG, X11-Projekt. Also wirklich so das Einfachste, was man kriegen kann. Und dann haben wir hier noch Task Manager. Da haben wir ein geöffnetes Fenster durch Anklicken erkennen. Okay, das ist... Ach, das ist eigentlich eine coole Funktion. Also das habe ich so noch nicht irgendwo anders gesehen. Also ich kann irgendwas anklicken und wenn ich jetzt hier den... Achso, okay. Das geht nicht. Oder wenn ich hier jetzt draufgehe... Auch nicht. Schade. Also das wäre es irgendwie noch gewesen, wenn mir das gesagt hätte, was dieses Startmenü, dieses Panel hier unten für ein Programm ist. Aber das scheint nicht direkt als Fenster zu gelten oder so. Ich weiß es nicht. Also das haben wir hier so, so ein einfacher Task Manager, wo auch steht, wie viel RAM ich gerade verwende, wie viel von der CPU. Also das tut sich nicht viel. Das ist ziemlich sparsam. Also 765 MB dafür. Also das geht auch sparsamer, aber es geht auch deutlich schlimmer. Ja, schließe. Ein weiterer Blick hier rein. Was haben wir noch? Synaptic Package Manager. Ja gut. Kennt man auch von anderen Umgebungen. Print Settings. Mal gucken. Steht dahinter, was das ist. Eine Capscabic Seite Red Hat System Config Printer. Von 2012. Okay. Ja, also das ist ein relativ einfaches Programm, über das man angeschlossene Geräte irgendwie verwalten kann. Also ich habe jetzt hier nichts. Und ja, das ist eine einfache Caps Oberfläche, auch wieder in diesem Look von dem CDE. Ja. Dann ein Taschenrechner. Ja, ja, sehr stylisch. Ich wollte jetzt noch einmal gucken. Wo habe ich den gefunden? Ich habe hier gerade dieses hier mit dem Task Manager entdeckt. So, ne? Wo wird das nicht klein? Hallo? Okay, gut. Einmal ziehen, einmal ziehen, einmal dahin. Und jetzt möchte ich einmal gucken, was ist das? Hm, das gilt leider auch nicht. Also ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass ich da rauskriege, was für eine Anwendung sich dahinter verbirgt. Und jetzt Befehlszeile kopieren, okay. So, und hier, vielleicht mal Shift einfügen, bearbeiten. So, okay. Ah, okay, so habe ich es jetzt rausgekriegt. Also es ist X-Calc, auch eines von diesen relativ einfachen Programmen aus dem X-Org und X-11 Projekt. Ja, auch wiederum optisch angepasst. Gut. Schließe. Dann haben wir hier noch irgendwas mit Mail. Und da haben wir ein ausgewachsener, also wenn ich das nicht zugemacht hätte, wäre es ein ausgewachsener Thunderbird gewesen. Ja, also das passt so zeitlich überhaupt nicht zusammen. Aber wird natürlich gewartet, von daher sollte man eher was nehmen, was immer noch gewartet wird. Aber es passt halt so historisch gesehen natürlich nicht da rein. Dann haben wir hier nochmal was zum Thema Drucker. Das ist nochmal genau dasselbe wie gerade eben. Also mehrere Wege führen auch dorthin. Dann haben wir hier noch was zum Einstellen. Mal gucken, ob es jetzt wieder den Delfin gibt. Delfinium. Ja, okay, das gibt es. Ja, okay. Das hatten wir letztes Mal auch. Oh, oh. Ach, das geht doch. Ach, also so sieht Delfinium aus. Hm. Boah, warum nicht? Warum nicht? Herbst. Eigentlich brauchen wir jetzt ja sowas wie, gibt es auch Winter? Ne, das gibt es nicht. Ja gut, das lasse ich dann erstmal so. Also man kann die Farben umstellen und auch ohne sich abzumelden und wieder anzumelden. Ich glaube, das ging bei dem CDE nicht. Und sogar die ganzen Hieroglyphen hier im Hintergrund, die passen sich farblich auch an. Dann können wir hier noch Schriftarten einstellen, was wir denn gerne hätten. Ja gut, das macht natürlich jetzt diese Art und Weise kaputt, wenn ich jetzt was anderes nehme. Aber ich könnte mir auch komplett andere Schriftarten nehmen und damit den Desktop anders anpassen. Aber das möchte ich eigentlich nicht. Dann geht es ja einfach zu weit weg von dem, was es eigentlich darstellen soll. Dann haben wir hier Backdrop. Das sind wiederum die, ähm, achso, das heißt Ankh. Also Ankh, dieses Glückssymbol, das alte ägyptische Glückssymbol, glaube ich. Und da können wir auch andere Sachen nehmen. Ja. Ja, und das wird wiederum so gekachelt, wie wir es beim CDE auch gesehen haben. Aber ich lasse das jetzt einfach mal so. Wo wir schon dabei sind, hier gibt es auch wiederum diese verschiedenen virtuellen Arbeitsflächen. Und jede hat auch wiederum ein anderes Motiv. Aber dieses mit, ähm, was hatte ich da, steinige Wüste oder so, das ist jetzt nicht dabei. Das sind jetzt schon andere als beim CDE Desktop. Aber vom Prinzip ist es dasselbe. Damit man es optischer besser unterscheiden kann, haben die andere Farben und andere Motive. Und die Fenster, die jetzt auf einem Desktop drauf sind, auf einem virtuellen, die sind auf dem anderen nicht. Von daher hat man, äh, virtuell viele Monitore nebeneinander, zwischen die man immer umschalten kann. Ja, genau. Dann haben wir hier noch, ähm, Keyboard. Da kann man wiederum Dinge einstellen. Klick, Volume. Das gibt es auch wiederum. Wobei ich, also Klick finde ich immer noch. Also, ich höre da weiterhin nichts. Also, ich sehe keinen Ausschlag auf, ähm, diesem, äh, Lautstärkemesser, der für diese Geräusche von der virtuellen Maschine da ist. Also, von daher weiß ich es nicht, wofür das ist. Schreibt es gerne in den Kommentar, was Klick Volume sein soll. So, dann haben wir hier noch, äh, wie schnell Dinge wiederholt werden und wann mit dem Wiederholen angefangen werden soll. Ja, dann, ähm, Maus. Da haben wir jetzt auch wiederum ein ähnliches. Das ist, das ist links. Mittlere Maustaste, beziehungsweise Scrollrad und Rechte. Und hier geht auch das Scrollrad. Das ging nämlich unter dem CDE Desktop so nicht. Wenn ich jetzt einfach mal hier das länger mache, kann ich mit dem Scrollrad hoch und runter rollen. Also, das geht hier unter dem CDE gegen das nicht. Nicht, ich denke mal, aus historischen Gründen. Damals gab es sowas nicht wie so ein Scrollrad. Und das wurde auch niemals nachimplementiert. So, wieder weg. Und, was haben wir noch? Beep, Töne machen, nerviges Zeugs. Obwohl, das macht auch insofern nichts. Hm, also, ist das in OBS auch falsch eingestellt, sodass es vielleicht wirklich irgendwo Ton macht, aber nicht auf einer virtuellen Soundkarte, die ich hören kann oder die OBS hört. Dann haben wir hier noch wiederum, äh, genau. Bildschirmschoner habe ich deaktiviert aus bekanntem Grund. Aber, wenn man das nicht gemacht hätte, hätte man jetzt hier sich wahrscheinlich wiederum ein paar schöne oder weniger schöne Screen Saver, beziehungsweise Bildschirmschoner angucken können. Und, äh, ja, geht jetzt hier nicht. Dann haben wir hier Window. Da können wir ein bisschen einstellen, was passieren soll. Also, Fensterverhalten. Ja, da kann man sogar relativ viel einstellen. Also, bei dem anderen ging nicht so viel. Also, bei dem CDE mit dem Punkt, wie man ein Fenster aktiviert. Point. Ja, okay. Also, hier standardmäßig aktiv. Wenn man mit der Maus in ein Fenster geht, wird es aktiv. Also, wenn ich das jetzt mal hier so mache. Das liegt ja optisch gesehen da drüber. Aber, wenn ich jetzt mit der Maus da reingehe, wird es aktiv. Also, das sieht man hier dran. Und meine Tastatureingabe landet auch dort. Und, wenn ich jetzt hier drauf bin, dann landet die prinzipiell in dem Fenster. Aber, da passiert weiter nichts mit. Und, ähm, ja, also das ist eben anders. Also, standardmäßig heutzutage ist eben, man muss ein Fenster anklicken, um es zu aktivieren. Und, ähm, ja, das ist eine andere Art und Weise. Je nachdem, wie man es gerne haben möchte. Da kann ich hier noch... Race window when made active. So, mal gucken. Geht das? Äh. Ach, ich glaube, das mache ich jetzt wirklich einmal. Ach, das geht sogar ohne abmelden. Also, ich hätte jetzt gedacht, ich muss mich einmal abmelden und wieder anmelden. Aber das geht sogar ohne. Hm. So, wenn wir jetzt hier dieses Verhalten haben. Ich gehe mit der Maus drüber und dann wird das Fenster auch in den Vordergrund geholt. Wow. Wow, okay. Und wir haben natürlich noch viele weitere Einstellmöglichkeiten. Hup. Huch. Ähm. Der Desktop scheint auch als Fenster zu gelten. Hä? Oder? Also, ich glaube, von daher möchte ich das lieber, äh, doch nicht. Ja, bitte. Bitte ein Neustart. Und da ist es jetzt auch wieder da. Also, so schnell kann man irgendwo... Oder? Da. Also, man merkt, ich kenne mich damit nicht wirklich aus. Das sind bloß so ein paar Grundkonzepte, die ich irgendwie ganz, ganz früher mal, ähm, gesehen habe. Auf Solarsystemen, wo CDE noch Standard war. Und aus ganz, ganz frühen Suse-Zeiten, wo hier der FVWM 2 oder FVWM 95, der so ein bisschen Windows 95 nachahmte, mit dabei war. Aber, ja, das ist schon sehr lange her. Dann haben wir noch hier Desks. Also, die virtuellen Arbeitsumgebungen, da kann ich jetzt noch die Anzahl anpassen. Kann ich ausmachen. Sechs, acht. Also, ich kann zwischen einem und acht das ändern in der Anzahl, wenn ich es brauche. So. Möchte ich aber nicht. Dann haben wir hier noch Strom-Spar-Management, DP-MS. Da kann man denn Verschiedenes einstellen. Also, wann in Standby gegangen werden soll, Suspend, Off und so weiter. Möchte ich aber eigentlich nicht. Dann haben wir hier Start-Up. Ja, das nehme ich jetzt irgendwie mal so hin. Wobei ich jetzt gedacht hätte, dass, also irgendwie so ein Sitzungsmanager muss da schon im Hintergrund sein, aber irgendwie vielleicht nicht der Richtige. Okay, gut. Das ist denn so. Dann haben wir hier nochmal Mousepad. Beenden, nicht schließe. Und hier haben wir VLC und Volume Control. Das sieht doch sehr nach Pavo-Control, aber auch mit dem anderen Thema hier aus. Von daher kann man da auch Soundkarten mit, schließe, Soundkarten mit einstellen mit verschiedenen Konfigurationen. Und hier haben wir jetzt noch verschiedene Hilfsseiten, Dokumente. Also nochmal wieder diese Dokumentation vom Anfang. Einmal als HTML und PDF und verschiedene einzelne Dinge, wo man was einstellen kann. Configuration Files. Mal gucken. Was haben wir hier? Achso, das öffnet einfach eine HTML-Seite in Firefox. Ja, da kann man Dinge einstellen. In einer etwas ungewöhnlichen Konfiguration habe ich so von der Art her noch nicht gesehen. Also das fühlt sich irgendwie ein bisschen komisch an von der Konfiguration her. Also da werden ja irgendwelche Kommandozeilen-Programme oder irgendwelche Programme werden über Kommandozeilen-Optionen gestartet, die hier irgendwie drinstehen. Und mit hier Doppel-Backslash-Anführungszeiten. Okay. Ja. Also wenn euch das interessiert, ihr jetzt ganz dringend das Bedürfnis verspürt, das mal ausprobieren zu wollen und darum zu konfigurieren müssen oder so, dann macht das einfach mal. In der Doku steht wahrscheinlich drin, wie man das alles macht. Das war es dann auch für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch wieder geholfen, dass ihr ja was anderes mal gesehen habt, dass es abseits von den bekannten Desktops noch eine ganze Menge mehr gibt. Dieses Mal eher wieder so was historisch Angehauchtes, was man wahrscheinlich eher nicht mehr braucht, aber was vielleicht doch ganz interessant ist, da mal reinzugucken, was es früher so gegeben hat und was es immer noch gibt und was man wirklich auf aktuellen Distributionen nachinstallieren kann. Macht das gerne nach. Installiert euch mal so einen Sparky Linux und spielt dann mal den Desktops mal rum. Ich würde empfehlen, ihr nehmt eine virtuelle Maschine und nicht auf eurem normalen System. Ja, von daher packt das gerne selbst mal aus, wo ich das für euch ja schon ausgepackt habe. Ihr wisst, was da drin ist in diesem Päckchen, aber macht das gerne, wenn euch das interessiert. Ansonsten Glocke drücken, abonnieren und bis dann und tschüss. Bis zum nächsten Mal.